Am 31.07. sind manche von euch in Ägypten, manche auf Mallorca oder in Athen. Egal wo ihr seid, ihr könnt uns überall sehen. Unser Online-Konzert geht um 20 Uhr los. Jetzt könnt ihr nicht mehr sagen. Ey, davon habe ich ja überhaupt nichts gewusst. Wovon? Davon, dass die Pfeisten am 31.07. ein Online-Konzert geben. Bist du verrückt, sind wir dabei? Das ist die Herte. Mit uns, da steht es um 20 Uhr. 31.07. online, 20 Uhr. Programm heißt, jetzt fällt es mir wieder ein, Sommer, Sonne, Wassertonne. Wir freuen uns. Tschüss. ... ... Vielen Dank.